Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of 1.4 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück in dem faschistischen Italien. Wir führen noch den Äthiopien-Feldzug weiter und soweit läuft es ja eigentlich alles ganz gut. Die einen oder anderen werden wahrscheinlich schon angefangen haben, ihre eigene Runde zu spielen. Und ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich das hier auf so einer langsamen Geschwindigkeit spiele. Und deswegen, falls ihr das verfolgt, also bitte seht mir nach, dass die Teile nicht ganz so schnell online kommen und dass ich nicht so eine hohe Spielgeschwindigkeit wähle. Ich muss aber auch dazu sagen, ich genieße das eher, diese Spiele langsam zu spielen. Mir persönlich macht das viel größeren Spaß, wenn ich ständig auch genau in die Einheiten reingucken kann und so weiter. Ja, worum wird es heute gehen? Also ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was zur Marine heute sagen kann. Vielleicht können wir unsere ersten Marine-Geschwader oder wie nennt man das? Flotten, unsere erste, ja, großes Fremdwort. Vielleicht können wir mal unsere ersten Flotten aufstellen. Dann würde ich noch gerne was zur Produktion weiter ausführen. Und ich weiß noch nicht, ob wir den Äthiopien-Krieg jetzt hier beenden wollen und werden. Das hängt auch insgesamt davon ab, wie er läuft. Ich wollte auch noch ein bisschen was zum, habe ich Algerien-Krieg gesagt? Äthiopien-Krieg. Algerien-Krieg ist ein anderes Land. Egal. Also, ob wir was zum Äthiopien-Krieg sagen werden, kommt alles später. Ich habe ja schon gesagt, wir haben eigentlich momentan relativ wenig Probleme. Unsere Truppen kämpfen hier unten sehr gut. Wir wollen nachsetzen. Wir haben schon Truppen in der Pipeline, die demnächst ankommen, auch wenn das relativ schlechte Truppen sind von der Moral und der Organisation und so. Oh, stopp, 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 stopp. Moment, wir wurden angegriffen, er hat den Angriff abgebrochen, ne? Okay, gut, also wir greifen an mit unserer 80er Breite. Das heißt, wir müssen darauf abwarten, oder wir müssen abwarten, welche Truppen hier bei uns zur Verstärkung hinzukommen werden. Ich würde die Gebirgsjäger dann gerne noch mit reinnehmen, weil die brauchen alle relativ lange. Vielleicht würde er sogar versuchen, diese Truppen zurückzuziehen, aber wir wollen ja eigentlich, wir wollen mit Giovanni Messe, ja, wollen wir die Taktik von Badoglio anwenden und den rastlosen Angriff hier durchführen. Übrigens noch gerade so ein kleiner Hinweis an der Stelle, sehr interessant. Pietro Badoglio wurde später von König Victor Emmanuel III. nach dem Sturz Mussolinis damit beauftragt, eine Militärregierung in Italien einzurichten. Also er hat eigentlich Mussolini, in Anführungszeichen, sage ich jetzt, überlebt. Und hat also, das ist eigentlich eine ganz interessante Fügung der Geschichte. Eine andere Sache, die auch eine merkwürdige Parallele aufweist, ist die Tatsache, dass ich den ursprünglichen ersten Teil von meinem Hearts of Iron 4 Let's Play an dem Tag aufgenommen habe, als Ernst Nold gestorben ist. Das ist derjenige Geschichtswissenschaftler, der den sogenannten Historikerstreit in Deutschland losgetreten hat. Und über den werde ich auf jeden Fall auch noch was sagen, weil sich das ja so thematisch dann auch eigentlich ein bisschen überschneidet. Ernst Nold hat nämlich ein sehr einflussreiches Buch geschrieben über den Faschismus als Epoche in Europa. Hat den deutschen, italienischen und französischen Faschismus miteinander verglichen. Das Buch selbst hat schon für großes Aufsehen gesorgt, weil so eine umfangreiche Vergleichsstudie hatte sich bis dahin niemand getraut. Dennoch ist Ernst Nold ein sehr umstrittener Historiker. Er hat auch so ein paar echt schiefe Thesen aufgestellt zum Faschismus und vor allen Dingen, ne zum Faschismus eigentlich weniger, konkreter bezogen handelt es sich eigentlich um den Holocaust. Da hat er ein paar merkwürdige Hypothesen aufgestellt, die auch so nicht haltbar sind. Das gab eben einen großen Skandal und daraus folgend dann eben den sogenannten Historikerstreit. Wir steuern erstmal den Hafen von Tarent an mit unseren Flotten. Ich wähle die mal alle aus. Also ihr müsst gucken, wenn ihr mit Italien spielt, die sind meistens so komplett über die Karte verstreut. Ist unsere Verstärkung mittlerweile angekommen? Ne, die braucht noch ein bisschen. Hier unten sind ja auch noch 13 Schiffe, das sind U-Boote größtenteils. Es wird lange dauern, bis sie oben sind. U-Boote sind die langsamsten Schiffe, um das nur schon mal vorwegzunehmen. Und deswegen solltet ihr euch echt auch, oder solltet ihr euch echt darauf einstellen, keine U-Boote in eurer Hauptflotte drin zu haben, mit der ihr eigentlich andere Schiffe vernichten wollt und ähnliches. Das ist mit U-Booten einfach keine gute Idee, weil die zu lange brauchen. Wir können aus dieser Armee einige weitere Infanterieregmente abspalten, um hier unseren Truppen zu helfen in dem Kampf. Er zieht sie schon zurück. Es wird wahrscheinlich wieder so eine ähnliche Nummer geben, dass er einen Gegenangriff startet. Aber wir warten mal ab. Ich habe hier nicht so gute Chancen, diese Armee, auch wenn sie jetzt gar keine Moral mehr hat. So, ich muss noch ein bisschen warten, vielleicht im nächsten, im übernächsten Tick. Jetzt kommt, mach ihn platt. So, ich habe hier schlechte Karten, ihn zu vernichten. Er kann halt noch gut flüchten. Auch wenn das ein schlecht passierbares Terrain ist. Flüchtende Truppen bekommen ja einen kleinen Bonus. Er ist in drei Tagen und 19 Stunden da. Ja, das sehen wir hier auch. Ein Tag, 23 Stunden. Die sind wesentlich schneller als wir jetzt, weil sie flüchten. Das ist halt leider so. Das ist bei EU4, das ist genauso, ne? Ihr kennt das, ja? Die einzige Sache, die mich jetzt ein bisschen verwirrt ist. Ich bin es eigentlich gewohnt, wenn man hier angreift, über diesen Fluss, dass man eine niedrigere Frontbreite hat, nämlich nur von 40 oder Gefechtsbreite. Es gibt, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht irre, gibt es noch keinen Kartenmodus, der das einem so genau anzeigt. Falls ihr das wisst, rechtsklicken, ne, klicken, um Lage einzusehen. Ja, aber das ist ja, das ist nicht die Lage, die ich meine, ne? Ja, also falls ihr das wisst, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Das wäre auf jeden Fall eine große Hilfe. So, die zwei Regimenter... Ähm, ne, Moment, ich muss kurz überlegen, wie ich es mache. Wir wollen ja gerne halt, wir wollen ja gerne ein bisschen Erfahrung sammeln, deswegen nehmen wir die beiden erfahreneren Regimenter hier und schicken die in den Hafen. Bitte über die strategische Verlegung. Ich gucke nochmal gerade hier. Bleib du mal auch bitte stehen. Die schicken wir auch hier hoch. Wir kriegen ja Gebirgsjäger als Nachschub, die habe ich ja rübergeschickt. Und deswegen werden die, ähm, die Gebirgsjäger werden nicht nur schneller im Gebirge sein, sondern sie werden halt auch besser kämpfen. Und insofern ist es eigentlich kein wirklicher, ähm, insofern ist es für uns eigentlich kein wirkliches, äh, kein wirklicher Grund hier Halt zu machen. Und wir sind wieder auf den sechs Regimenter. Also wenn die Frontbreite dann tatsächlich doch nur 40 ist wegen der Flussüberquerung, dann ist es so, äh, falls nicht, falls sie doch hoch, also falls sie doch bei 80 ist, können wir mit den sechs angreifen. Und falls wir nur eine 40er Frontbreite haben werden, dann werden wir halt nur mit drei Gebirgsjäger angreifen. Die werden ja auch bald kommen. So weit, so schlecht. Ähm, ich wollte noch was zur Produktion sagen. Ähm, das habe ich im letzten Part noch nicht so ausführlich erklärt. Also wir bauen ja Zivilfabriken und diese Zivilfabriken sorgen dafür, dass wir unsere anderen Fabriken schneller bauen. Unsere Zivilfabriken bauen alles bei uns. Sie bauen die Güter für den Transport, sie bauen die Konsumgüter, die wir brauchen, um unsere Gesellschaft ruhig zu halten, damit die Leute nicht, ähm, damit die Leute nicht durchdrehen. Und, ähm, sie produzieren halt eben andere Zivilfabriken, sie produzieren Militärfabriken, Schiffswerften und synthetische Raffinerien und so weiter und so fort. Und ihr seht, die haben alle Produktionskosten, ähm, ähm, diese, äh, synthetischen Raffinerien sind unglaublich teuer. Äh, der Atomreaktor ist, äh, so das teuerste Gebäude in dem Zusammenhang. Hier, da seht ihr, die Gebirgsjäger sind schon da. Wir können direkt mal gucken. Wir haben eine 80er Gefechtsbreite, wenn wir angreifen. Ich werde den Angriff nochmal abbrechen, aber wir sehen auch schon, er hat eine zweite Einheit da stehen. Kommt mal zurück, ich will wissen, wo er hinläuft. Der braucht fünf Stunden bis in die nächste Provinz und du brauchst fünf Tage. Wir müssen ihn eigentlich hier in den Kampf, in den Angriffskampfe oder in den Kampf verwickeln. Ich will nicht unbedingt, dass er hier runterläuft, um hier dicht zu machen. Aber er will ja wohl nach Harar laufen. Und von Harar läuft er dann irgendwann wieder zurück, ne, das ist eigentlich auch kacke. Insofern keine gute, keine gute strategische Situation für uns. Mach mal weiter. Da ist unser nächster Gebirgsjäger. Den schicken wir direkt über die Verlegung hier rüber. Der braucht nicht so viel Kampfkraft, der Mann. Beziehungsweise, ähm, entschuldigen, der braucht nicht so viel Organisation. Unsere Truppen werden da keine Probleme haben, was das angeht. Dann kommst du an, das dauert noch ein bisschen. Sekunde, ich muss mal kurz grübeln. Lassen wir den abhauen? Wenn wir ihn abhauen lassen, wird es halt einfacher, dieses Gebiet zu erobern. Wobei er ja wahrscheinlich seine Truppen wieder zurückziehen wird. Ich werde halt hier nicht so schnell den Durchbruch schaffen, sodass ich ihn hier festsetzen kann. Auf der anderen Seite... Ja doch, das werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Wir können ihn eigentlich erstmal versuchen, hier festzusetzen. Ich würde sagen, wir versuchen das auch. Wir versuchen, ihn hier festzusetzen. Ja, ähm, wir bauen also diese Zivilfabriken. Und wenn wir 15 Zivilfabriken haben, dann haben wir die maximale Ausschöpfung von einer Produktionskette, halt, oder von einem Produktionsbereich erreicht. Und wenn wir jetzt eine 16. Fabrik haben, frei zur Verfügung, fängt die schon mal an, den Kampagnen zu bauen. Das heißt also, natürlich, je schneller wir diese Zivilfabriken ausbauen, desto schneller bauen wir insgesamt weiter. Man könnte sich jetzt überlegen, wie hoch ist die Grenze, wo es sich am meisten lohnt mit dem Ausbau. Das ist echt ein Ding. Und der bleibt jetzt da stehen. Weil diese zwei Einheiten... Da ist ja eine Einheit dabei. Diese Reserve hier. Der müsste doch eigentlich den ultimativ beknackten Moralwert haben. Naja, egal. Wir werden versuchen, hier unsere Truppen nach Möglichkeit mit Gebirgsjägern aufzustocken. Und dann hat er da sowieso sehr schlechte Karten. Sind die anderen Gebirgsjäger auch da? Nee, aber meine Infanterie kommt gleich hier unten an. Ja, also behaltet das im Kopf. Ihr wollt in der Regel immer auf jeden Fall 16 Fabriken haben, bevor ihr mit dem Bau von so einer Militärfabrik anfängt. Weil die lasst ihr dann schon mal... Da lasst ihr dann schon mal den Bau beginnen. Während die 15 an der nächsten Zivilfabrik bauen. Und so geht das dann immer weiter. Danach sind es dann eben... Ah, den Tag lassen wir noch rumlaufen. Ich will gleich den Anspruch auf Frankreich fingieren. Oder das Kriegsziel gegen Frankreich rechtfertigen. Dann habt ihr im ersten Zug eine Zivilfabrik, die an der Militärfabrik baut. Im zweiten Zug, nachdem ihr noch eine weitere Zivilfabrik dazwischen geschoben habt, dann habt ihr dann eine zweite, etc. Und diese Militärfabriken sind deutlich billiger. Also die dauern nur halb so lang zu bauen, wie so eine Zivilfabrik. Man kann Zivilfabriken auch in Militärfabriken umbauen, aber das ist wirklich die Ultima Ratio. Das macht ihr bitte nur in ganz, ganz extremen Ausnahmesituationen. Sonst würde ich das wirklich nicht machen. Schließen wir mal die Flotten zusammen. Das müssten jetzt alle Schiffe sein. Wir sehen das übrigens, wenn wir hier auf den Button klicken. Ja, das sind jetzt alle. Ja, wir haben jetzt momentan nur eine einzige große Flotte. Sehr schön. Und die werden wir jetzt gleich organisieren. Ich überlege nur gerade, haben wir noch irgendwas dazu zu sagen? Zur Produktion vielleicht noch allgemein. Das ist ein bisschen anders hier bei den Nachschubgütern, die wir brauchen oder bei unserer militärischen Ausrüstung, militärischen Produktion. Hier entwickeln wir nach einer gewissen Zeit eine Produktionsroutine, könnte man sagen. Das ist die Produktionsleistungsobergrenze. Das heißt also, unsere Leute, die lernen jetzt gerade, wie man Artillerien zusammenschraubt. Das können die schon. Deswegen haben wir so ein bisschen grünen Balken. Und je länger die daran rumschrauben, desto voller wird dieser Balken. Irgendwann wird der von Rot-Grün werden. Und dann hat man irgendwann diese wunderschöne Obergrenze erreicht und dann sind unsere Leute richtig, richtig gut drin. Hier kann es nicht weiter ansteigen, weil uns die Ressourcen fehlen. Das ist okay. Da muss man darauf achten. Wir haben schon die Obergrenze. Aber wenn man produziert und es fehlen einem die Ressourcen, dann wird der Balken nicht so leicht weiter wachsen. Also vielleicht auch gar nicht. Und deswegen ist es immer, gerade wenn man mit einer neuen Produktion beginnt, sollte man wirklich gucken, dass man dann die Ressourcen hat, weil das steigt sehr langsam an und man ist froh, wenn man diese Punkte nicht verliert. Also das ist schon ganz wichtig. Also denkt daran, die Leute haben irgendwann so ein bisschen Routine. So viel erstmal dazu. Das muss jetzt auch an der Stelle, glaube ich, noch genügen. Wir können über Produktion noch öfter reden. Also das ist kein Problem. Ich baue jetzt erstmal eine Flotte, so eine halbwegs passabel für dich. Ich nehme erstmal 51 U-Boote. Mit einem Rechtsklick mache ich da eine neue Flotte draus. Und dann schicke ich jetzt erstmal ganz kurz zu Übergangs- und Übersichtlichkeitszwecken hierhin in den Hafen von Messina. Und dann werde ich hier von den Zerstörern die Hälfte auswählen. Moment. Das ist Quatsch. Ich habe aus irgendeinem Grund... Habe ich nicht auf die Zerstörer geklickt. Okay, egal. Also wir wählen dich. Und wir nehmen hier von die Hälfte. Also die machen wir auch halbe-halbe. Und wir schicken dich jetzt mal aus Gründen der Übersichtlichkeit nach Neapel. Wir packen dich weg. Und wir stecken jetzt hier einen Admiral rein. Ihr seht, wir haben ein paar Admirale. Wir haben welche Stufe 3. Das ist schon ziemlich gut, weil eine Stufe 3 gibt eine 5% höhere Trefferchance. als Stufe 2. Also jede Stufe bringt 5% mehr Trefferchance. Und wir wollen mit unseren fetten Schlachtschiffen natürlich treffen. Weil wenn wir mit denen treffen, ist es verheerend. Die haben allerdings halt nicht diesen Trade der zusätzlichen Erkennungschance, die meine anderen Admirale haben. Aber das ist nicht das Allerwichtigste. Wir werden also Giuseppe Floravanzo auf dieses Schiff setzen. Und wir schicken diese Flotte. Die sitzt momentan noch hier eben im Hafen von Tarent. Und ihr seht auch, dass hier nur eine gewisse Anzahl an Schiffen stationiert sein können. Der hat eine Kapazität von 100. Momentan sind es 208. Also wir sind deutlich über der Kapazitätengrenze dieses Hafens. Das ist deutlich zu viel. Deswegen könnten Schiffe hier jetzt nicht repariert werden. Und wir schicken dich mal hoch in einen anderen Hafen. Ich gucke mal gerade La Spezia. Wie groß ist der? Der ist sehr klein. Moment mal. Der hat eine 100er Kapazität. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist ziemlich gut sogar. Das ist ein ziemlich großer Hafen sogar. Ich habe mich da total verteilt. Ich schicke dich mal hoch jetzt nach La Spezia. Und von dort aus wirst du später deine Küstenbombardement hier in Nizza durchführen, wenn wir diesen Hafen versuchen wollen einzunehmen. Das machen wir aber später. Das hat jetzt noch keine Eile. Deswegen also ganz wichtig. Keine U-Route sollten in dieser Armee sein, in dieser Flotte sein. Die wollt ihr da nicht drin haben. Und euch will ich jetzt hier nicht mehr in Afrika haben. Ich schicke euch zurück. Und zwar schicke ich euch nach Neapel. Und euch schicke ich übrigens mal euch schicke ich nach Rom. Aber es ist momentan nicht ganz so entscheidend, wo wir die hinschicken. Ich will sie nur nicht mehr in Afrika haben, damit ich hier keine Versorgungsengpässe bekomme. Ihr könnt das immer überprüfen mit einem Blick auf diese Versorgungskarte. Hier 4 von 7, 2 von 17. Das sieht eigentlich ganz gut aus, aber achtet darauf. Also es ist immer ein bisschen, ihr müsst wirklich aufpassen, sobald es dann hier steht, unterstützt 7,5. Aber das kann sich ja ändern, je nachdem wie viele Regionen man kontrolliert und so weiter. Und ihr wollt auf gar keinen Fall, ihr wollt auf gar keinen Fall einen Ressourcenengpass haben. Das ist wirklich der, der super, das ist wirklich die schlimmste Eskalationsstufe, die ihr euch da vorstellen könnt. Wir führen jetzt noch eine Einheit Gebirgsjäger rein. Und ich warte jetzt erstmal, wir haben ja noch die 60er Frontbreite, die Burschen hier sind noch gar nicht drin. Ich muss mal ganz kurz gucken, Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Das verstehe ich aber was nicht. Moment mal, 1, 2, 3. Und 1, 2, 19 A. Und die 5 A ist noch nicht drin. Sekunde. Wir suchen die 5 A. Hier, diese. Sehen wir auch hier ran. Fluss, minus 25, Infrastruktur, minus 35. Das ist halt nicht so cool, ne? Die hat momentan krasse, krasse Mali drin. Okay, Junge, dann nehme ich dich doch mal raus, weil du verstopfst mir da momentan, nämlich nur diesen Frontabschnitt. Kommst zurück. Und ich schicke dich hier rüber und du kannst hier ein bisschen mithelfen. Ja, es bleibt bei 60 und wir werden eine zusätzliche... Ach, und die Gebirgsjäger sind mit drin. Ach, genial. Super, dass es mit dem Verstärken geklappt hat, denn das hat nur einen gewissen Prozentsatz Erfolg und man ist einfach froh, wenn die Verstärkungen möglichst schnell drin sind, weil erst jetzt kann sie auch mitkämpfen. Und das wird sich jetzt hier relativ... äh, oder das wird sich jetzt hier deutlich schneller zu unseren Gunsten wenden. Ich erkläre an der Stelle noch einen weiteren Aspekt, sobald diese Truppe hier gelandet ist. In fünf Stunden wird es soweit sein. Ich schicke dich jetzt übrigens nochmal hier hoch, weil ich will ein bisschen, dass sich deine Kampfkraft auf dem Weg da hoch so ein bisschen aufbaut. Ihr seht, wir haben jetzt schon Armeerfahrung gesammelt und die Armeerfahrung, die können wir benutzen, um unsere Einheiten zu verbessern. Ich werde übrigens mal ganz kurz die Verbesserungen auf eine niedrige Priorität stellen und die Verstärkung auf eine hohe Priorität, denn wir wollen eigentlich, dass... ach so, und die... ja, und die Ausbildung hier erstmal auch auf eine niedrige. Das ist nicht ganz so wichtig, solange wir die beiden auf niedrig haben. Weil wir momentan keine verbessern, heißt das jetzt eigentlich nur, dass unsere Verstärkungen, die bekommen sofort ihre Ausrüstung und erst dann stecken wir die Ausrüstung hier in unsere Rekruten. Es ginge natürlich auch andersrum, aber ich will jetzt erstmal, dass unsere Leute maximale Kampfkraft haben. Gut, wir gehen in den Divisionsdesign. Ich gehe mal kurz auf Bearbeiten und wir könnten jetzt... Ich erkläre den zu einem späteren Zeitpunkt nochmal etwas genauer im Detail, aber wir könnten jetzt hier zum Beispiel ein Artillerieregiment hinzufügen und wir könnten hingehen und noch ein Gebirgsjägerregiment dazunehmen. Und das können wir nur machen, wenn wir Punkte ausgeben. Und ihr seht auch hier, dass die so drei gelbe Wimpel haben. Das hat was damit zu tun, ob die wirklich immer mit den besten Ausrüstungsgegenständen versorgt sein sollen oder nicht. Und es geht darum, ob die auch... Wenn ihr die drei roten Wimpel nehmt, dann sind es Reservetruppen, die werden nur ganz, ganz schlecht ausgerüstet. Und die Infanterie ist da halt normal und das da ist unsere Elite. Und wir könnten jetzt halt für diese Punkte unsere Division verändern. Unterschätzt das nicht. Diese Machtpunkte braucht man auch noch für andere Dinge, zum Beispiel um... Nicht Machtpunkte, was sind das hier? Armeerfahrung. Es ist so ähnlich wie die Armeetradition bei Europa Universal ist. Und die braucht ihr auch... Senden bitte. Wir werden jetzt das Kriegsziel in Corsica rechtfertigen. Und diese Punkte braucht ihr auch, um Einheiten zu verbessern. Also nicht nur... Ich muss mal gucken, kann man das hier schon... Ich glaube, hier kann man das noch nicht. Doch, Luftunterstützung. Da brauchen wir aber hier diese Luftwaffenerfahrung. Da kann man die Flugzeuge der Luftwaffe verbessern. Jetzt kommt unser nächster Schritt. Also wir rechtfertigen jetzt gerade die Kriegsziele in Frankreich. Wir wollen da nicht stehen bleiben, sondern wir wollen weitermachen und bei den Vereinigten Staaten jetzt die Popularität des Faschismus erhöhen. Indem wir das tun, halten wir langfristig, also langfristig gesehen, so 1938, 1939 oder so, wird das erst akut, halten wir die Vereinigten Staaten davon ab, sich an irgendwelchen Kriegen auf Seiten der Alliierten zu beteiligen. Wir wollen die auf jeden Fall raushaben. Am Anfang sind die Vereinigten Staaten noch nicht so stark, aber später dann halt doch ziemlich, ziemlich mächtig und wir wollen die einfach nach Möglichkeit da erstmal raushalten, bis wir unsere Achse hier aufgebaut haben. Okay, schön. Also, ihr seht, es geht eigentlich weiter. Wir haben unsere Flotten hier noch weiter organisiert. Hier ist unsere Zerstörerflotte, die werde ich auch nochmal aufteilen. Und dich schicke ich jetzt auf eine Mission. Du sollst patrouillieren. Du sollst nach feindlichen U-Booten suchen und zwar im östlichen Mittelmeer, im zentralen Mittelmeer und hier auch noch in der Adria. Das ist die erste Mission, auf die ich dich schicke. Und dich schicke ich auch auf eine Patrouillenmission. Du sollst im zentralen Mittelmeer, im tyrrhenischen Meer und im westlichen Mittelmeer sollst du nach feindlichen U-Booten suchen. Wir packen da auch noch ein paar Admiräle rein. Wer von euch hat... Du hast eine hohe Erkennungschance. Das ist doch eigentlich prädestiniert dafür. Und du hast eine hohe Erkennungschance. Das packen wir auch da rein. Und dann haben wir noch unsere U-Boote. Moment mal. Ja, das sind unsere Zerstörer. Warum habe ich dich da hingeschickt? Ich weiß es nicht, aber du gehörst eigentlich auch da hoch, weil du musst in die andere Flotte mit rein. Wir wollen auf jeden Fall Zerstörer... Wir wollen in jeder großen Flotte wollen wir möglichst viele Zerstörer drin haben, wenn wir es uns leisten können, weil Zerstörer einfach richtig wichtige Schiffe sind. Ich mache noch eine neue Flotte und ich nehme fünf Schiffe mit, damit wir hier genau 20 haben. Du bekommst noch einen Admiral und du wirst für mich jetzt Konvois überfallen. Das sollte man mit U-Booten keine andere Mission machen, wie ich finde. Ne, warte, das ist kacke. Ah, das ist momentan noch so fummelig irgendwie, diese... Also nochmal, wir klicken den Knopf einfach nochmal. Komm hier. Wir machen es so. Du bist ja hier unten stationiert. Und dann werden wir hier ein paar Schiffe rüberziehen. Das geht über Drag & Drop eigentlich ganz gut. Ja doch, 20 Schiffe ist okay. Du kriegst auch noch einen Admiral. Und du wirst auch Konvois überfallen. Nämlich hier, hier und hier. Wir könnten auch hier vorne Konvois überfallen. Das können unsere U-Boote machen. Das Problem ist eigentlich, dass sie da relativ leicht... Ähm... Ja, wobei... Wollen wir vielleicht doch an der iberischen Küste Konvois überfallen. Es ist insofern für uns eigentlich... Ne, wir wollen das eigentlich. Wir wollen das eigentlich machen. Komm nochmal zurück. Wir wollen eigentlich an der iberischen Küste auch Konvois überfallen, denn... Ähm... Wir haben da den Vorteil, dass die Franzosen... Obwohl, das müssten die abdecken können mit ihrer Flotte. Aber Flotten haben ja nur eine begrenzte Reichweite. Also ich glaube, diese Felder hier können die Franzosen gar nicht abdecken. Und das ist eigentlich gut für unsere Mission. So, damit haben wir alle unsere wichtigen Schiffe erstmal auf eine Mission geschickt. Und wir können jetzt unsere Schiffsproduktion auch gewissen Flotten zuweisen. Wir haben ja noch hier so unsere kleine... Unsere kleine U-Boot-Flotte. Das ist die Italien-Flotte 6. Ihr macht das bitte hier. Ihr überfällt bitte hier die Konvois. Und weil die noch sehr klein ist und wir gerne wollen, dass da mehr Schiffe mit reinkommen, gehen wir hin und sagen, die Schiffe, wenn die fertiggestellt werden, also die U-Boote, dann sollen die bitte in der Italien-Flotte 6 landen. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen bedeutungsschwangeren Namen. Für die Squadra di Taranto. Das ist eigentlich ein cooler Name, aber ich bin natürlich so ein großer Latein-Fan. Deswegen nenne ich sie die Classis Romana. Die flotte Römerin. Sozusagen alter Latein-Lehrer-Witz. Und da packen wir diese Schiffe jetzt rein. Wir kommen alle in die Classis Romana. Ich will, dass die guten Schiffe da landen. Die können wir erstmal ruhig ein bisschen aufblähen. Das ist noch nicht die Monster-Flotte. Wirklich nicht. Da geht definitiv noch mehr. Und das ist noch eine Flotte, die gut handhabbar ist. Wir müssen eigentlich in Äthiopien nicht mehr viel erobern. Also wir brauchen diese Siegpunkte. Die Äthiopier haben hier einen Siegpunkt, die haben hier einen Siegpunkt und sie haben hier einen Siegpunkt. Und wenn wir die einnehmen, dann wird Äthiopien kapitulieren. In Äthiopien dieser Krieg ist ja sehr unrühmlich gelaufen. Das habe ich ja bereits mal erwähnt. Hat man ja Senfgas eingesetzt. Eben nicht nur gegen die Zivilbevölkerung, sondern eben auch nicht nur auf dem Schlagfeld, sondern eben auch gegen die Zivilbevölkerung. Das ist ja das eigentlich Hochkriminelle daran. Und eingesetzt hat man sogenanntes Lost. Das ist ein Akronym von den von den Erfindern dieses Kampfstoffes, nämlich Wilhelm Lommel und Wilhelm Steinkopf, die das 1916 entwickelt haben. Diese Senfgas hat man in Äthiopien eingesetzt. Und es ist eben wirklich ganz schlimm, dass man das auch gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt hat. Die Leute hier sind nicht mehr in der Armee drin. Deswegen werde ich sie hier von dieser Armee zur Ordnung befreien. Also ich werde diese Armee zur Ordnung hier auflösen. Das gibt uns genügend Platz. Um diese vier Regimente auch noch mit aufnehmen zu können. Und vor allen Dingen diesen Gebirgsjäger denn auch hier mit dazu kommt. Und warum bewegt ihr euch nicht alle? Das gefällt mir auch gerade nicht. Also bitte möglichst schnell hier vorne hin. Wir brauchen hier halt mehr Gebirgsjäger. Zwar niedriger Organisationswert aber mit einer schönen Kampfstärke. Aber das Terrain ist nicht gut für uns. Das ist halt unwünstig. Die Frage ist halt immer ob man diese Einheit hier abhauen lassen will. Wir können es immer noch machen. Der Bewegungsbefehl von ihm ist noch aktiv. Aber ich weiß wirklich nicht ob ich das will. Lass es mal gerade etwas schneller laufen. ich hoffe wir haben noch keinen Nachschubmangel. Nice. Okay. Wir müssen halt auch insofern darauf achten weil unsere Gebirgsjäger haben einen anderen Nachschubbedarf als unsere Infanterie. das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Man muss bei Hearts of Iron muss man einfach unglaublich viele Aspekte bedenken. Das macht das Spiel auf der einen Seite wirklich sehr sehr interessant. Auf der anderen Seite hat es halt so ein paar Schwächen. Das haben schon Zuschauer von mir angemerkt. Die KI ist halt nicht die beste und naja noch andere Dinge. Aber gut. Also zwei Gebirgsjäger mehr bitte hier rein. Wir haben jetzt zwei Infanteriedivisionen die wir rauslösen können. Das ist insofern doof weil die eigentlich noch weil die fast davor sind eine Erfahrungsstufe zu bekommen. Aber ich kann hier das nicht zulassen dass mir hier die Frontbreite verstopft wird. Wir können nachher auch noch unsere Einheiten trainieren und dann wird das besser. Bist du eigentlich mittlerweile schon eine Stufe aufgestiegen? Ja der ist jetzt mittlerweile Stufe 5. Moment mal. Zeig mir das mal gerade. 50% für das Gebirgsjägerkommando erledigt. Das ist doch auch mal eine gute Sache. Also man muss aufpassen man sollte nicht immer ein General alle Einheiten kommandieren lassen und nicht immer in jedem Terrain einsetzen. Wir wollen ja dass sich unsere Generäle spezialisieren. Aber momentan ist es glaube ich ganz legitim. So du bist in La Spezia gelandet. Das finde ich schön. Wir geben dir momentan noch keine Mission. Obwohl wir geben dir die Mission suchen und zerstören. Falls der Krieg losgeht dann ist es eigentlich ganz gut. Das heißt jetzt also diese Flotte wird sich tatsächlich ins Gefecht stürzen und wird und wird aktiv in den Kampf eingreifen. Die Kampfstärke hier ist auch noch nicht so gut bei dieser Truppe. Beweg dich bitte hier hin. Jetzt seid ihr auch noch mit in der Armee. Das ist hervorragend. Du bist ja auf dem Weg zurück. Das ist dich kann ich schon mal vorsorglich herausnehmen. und wir warten hier jetzt darauf, dass unsere Gebirgsjäger noch mit einsteigen. Sie können halt leider nicht einsteigen, wenn sie nicht in der Armee drin sind. Das ist der Nachteil. Opsala, Moment. Ich will ja eigentlich ein bisschen langsamer gerade machen. Du gehst auch bitte zurück nach Rom. Und unsere drei Panzer. Die können wir jetzt hier diese Provinzen abklappern lassen. Und die klappern bitte einmal hier. Ne, Moment. Der Moralwert bei den Panzern ist relativ unwichtig. Die Panzer schicken wir bitte hier hin. Und zwar möglichst schnell, ne, mit der strategischen Verlagerung. Ach, stopp. Warte mal gerade. Wie schnell sind die jetzt? Geschwindigkeit 13 kmh. Weil beim Panzer muss man nämlich mal gucken. Ja, okay. Gut, doppelte Geschwindigkeit. Das ist übrigens der Witz bei dieser Panzerdivision. Da ist nur ein einziges Panzerregiment drin. Und der Rest besteht aus Kavallerie und mobiler Infanterie. Aber das ist gar nicht so, das ist gar nicht so verkehrt am Anfang. Wir wollen, also, naja, die italienischen Panzerdivisionen, die sind noch nicht die besten hier. Aber das ist gar nicht so schlimm. Da, hier kommen. Wir greifen mal an. Also, wir gehen noch mit ins Gefecht mit den Panzern. Die werden das hier relativ schnell jetzt entscheiden. Und weil du jetzt das Ding direkt eroberst, gehen wir auch hier wieder auf die strategische Verlegung und lassen jetzt erst die Panzer nachrücken. Wann bist du da? Muss ich gucken. Zwei Tage, fünf Stunden ist auch viel zu lange. Die verlegen wir einfach auch direkt mit. Obwohl, lass mich überlegen. Ja, es ist vielleicht nicht so verkehrt, wenn wir noch eine Einheit haben. Aber das kann eigentlich die Einheit machen, die nachkommt. Das ist ja nur eine Kolonialdivision. Das ist halt nicht unsere, das ist halt nicht die Crème de la Crème. Ich habe mal ein weiteres Gebirgsjägerregiment hier mit da drin oder eine weitere Gebirgsjägerdivision. also hole ich noch eine Division raus. Oder warte, wenn wir uns an das Shift-Taste gedrückt halten. Ich setze jetzt Befehlsketten. Das geht einfach, das ist einfach unkomplizierter. So, müssten wir sonst noch irgendwas machen? Also, der Spanische Bürgerkrieg wird irgendwann ausbrechen. Das ist für uns allerdings noch relativ unerheblich. Und wir werden da, wir werden natürlich in den Spanischen Bürgerkrieg eingreifen. Ich muss es anders machen. Wir werden natürlich in den Spanischen Bürgerkrieg eingreifen, aber nicht sofort. So, und jetzt müssen wir gerade noch mal ein paar andere Angriffsbefehle setzen. Der eine bitte Ach, das ist doch einfach Scheiße. Wie soll es hier hin? Ich habe ja die Shift-Taste gedrückt. Und dann sollst du bitte so fahren. Und du machst das bitte so, dass du danach so fährst. Und du machst das bitte so, dass du danach am besten auch so fährst. Kommst du dann von der anderen Seite und die drei Regimenter laufen hier rauf. Das sind alles Kolonialdivisionen. Meine Güte. Okay, du läufst hier hin. Also wir können jetzt eigentlich, ich glaube, er kann keine weiteren Truppen mehr ausbilden. Es ist immer hier so eine Überlegung. Wenn man hier durchbricht mit der, mit den Gebirgsjägern, wenn man das schafft, dann ist Addis Abeba offen. Wenn man es nicht schafft, durchzubrechen, dann wird Addis Abeba von dieser Seite eingenommen. Du bitte auch mit Hochgeschwindigkeitsverlegung. Ich beschleunige das jetzt gerade ein bisschen. Ich möchte gerne in dieser Folge noch den Äthiopien-Krieg beenden. Ich warte jetzt wieder mit der Kavallerie, bis die anderen Truppen vorgestoßen sind und werde die dann auch nochmal Hochgeschwindigkeitsverlegen, weil die Panzer sind die schnellsten Regimenter, die ich habe. Du greifst ihn bitte hier an. Wir brauchen hier ein bisschen Unterstützung. Bist du noch eine Erfahrungsstufe bekommen? Bis bei 34 Prozent. Wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, wir sind jetzt insgesamt zu schnell. Warum sind hier noch zwei Regimenter nicht im Gefecht? Ist doch Quatsch, oder? Haben die sich zu... Ah, die haben sich wahrscheinlich zurückgezogen, weil die keine Moral mehr hatten. Das kann sein. Aber lass sie ruhig mal noch ein bisschen... Lass sie ruhig mal angreifen. Ist natürlich nicht gut, wenn Truppen mit so einem niedrigen Organisationswert hier kämpfen. Warum kann ich dich nicht dahin verlagern? Das geht. Ach, weil ich da angegriffen werde? Der Gebirgsjäger greift mich an. Das ist natürlich interessant. Ja, dann ist hier tatsächlich jetzt alles offen. Da würde ich mir sogar fast überlegen, mit meinem Panzer hier ins Gebirge zu fahren. Stopp. Das ist ja crazy. Also, äh, verrückt. Sorry für die ganzen Angezismen hier. Wir haben auch bei ihm eine Einheit in die Flucht geschlagen. Ich überlege noch gerade. Er hat den Angriff abgebrochen, ne? Aber er hat sich nicht zurückgezogen. Wenn ich dich jetzt angreife, dann brauchst du sechs Tage, 17 Stunden. Dann sind wir am 11. Februar fertig. Das ist eine sichere Nummer. Das ist eine extrem sichere Nummer. Oh, 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 oh. Ich glaube, da lasse ich mich echt drauf ein. Auch wenn das Gebirge ist und 40% Verschleiß gibt, aber das ist eine extrem sichere Nummer. Dann greifst du bitte direkt hier an. Dann brauchen wir dich da nicht mehr. Und dich verlagern weiter hoch. Du wirst ja nämlich hier diese Provinz erobern. Da gibt es auch nochmal einen Siegpunkt für. Weil da kann jetzt unser Panzer einfach so reinmarschieren. Das sind zwar 98%, also, die wir da noch haben, aber wir schieben ihn ja direkt weg. Hat er da keine Chance gegen uns. Wir können überlegen, den Angriff hier abzubrechen und nochmal neu anzugreifen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir lassen es noch so. Ach, wir verlieren da, obwohl ein Panzer ist noch nicht auf dem Schlachtfeld. Alles klar, das dauert einfach noch. Okay. Habe ich aus zeitlichen Gründen etwas Wichtiges übersehen. Wir sind gerade bei 39 Minuten und ich wollte gerne die Friedensverhandlungen noch machen in diesem Teil. Da unten kommt noch meine Armee. Ne, das ist eigentlich soweit okay. Ich könnte diese Truppen trainieren lassen, aber ich bin so knapp mit der Ausrüstung dran, dass ich die produzieren muss. Und ihr seht es ja hier, 6000 brauche ich noch hier, 76 hier. Ich überlege gerade, wenn ich hier die Produktion ein bisschen runterfahre. Moment, so ist die bei 50. Ah, so, weil ich die Produktion halt insgesamt so stark erhöhe, ne? Ja, aber wir müssen, ich glaube, wir müssen sie schon ein bisschen erhöhen. Wir müssen sie schon ein bisschen erhöhen. Das müssen wir hier übrigens auch machen. 1,6 am Tag, das ist eigentlich ganz gut. Da können wir sogar noch mehr Zusatzausrüstung produzieren. 1,6 am Tag, ja, ja, ja. Müssen wir versuchen, ein bisschen fair aufzuteilen. 1,86, 5,89 in der Woche. Lassen wir so. 25,35 am Tag. Füllen wir das auf jeden Fall auf. Erhöhen wir auch hier nochmal die Produktion. Gut, okay. Es ist halt nicht so ratsam, dauernd die Produktion umzustellen, weil man halt immer Produktionsleistung dabei verliert. Also wenn man halt auch dauernd die Produktion wechselt. Wenn ich halt vorher überall Panzer produziert habe und dann auf Infanterie umstelle, ist das nicht gut. Aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Ich muss mal gerade einen Schluck Kaffee trinken. Und wollte dann, ich wollte glaube ich auch noch irgendwas zur Geschichte des Äthiopienkrieges sagen. Ich muss mal gucken. Ach ja, genau. Der Obelisk von Axum, das kennen meine Rome Total War Spieler, die kennen das. Der wurde übrigens damals in Äthiopien geraubt und dann nach Rom gebracht. Das ist auch total krass. Ich muss mal ganz kurz noch mal reinschauen. In meine Unterlagen habe ich noch hier was. Naja, also jedenfalls steht fest, dass diese Generäle, die es halt hier gibt, dass es die damals tatsächlich auch gegeben hat. Und ich bin bei, ich bin auch mal ganz kurz über Giovanni Messe gestolpert. Der hat wirklich eine, der hatte wirklich eine bilderbuchhafte Karriere auch in dieser Zeit hingelegt. Er war als Freiwilliger bereits schon im Ersten Weltkrieg dabei. Er hat auch vorher schon in Libyen gekämpft, also dem Gebiet, das war ja hier bereits kontrollieren. Er ist dann auch nach dem Ersten Weltkrieg zum Major ernannt worden. Er war dann später in Albanien. Er wurde dann noch mal von Vector Emanuel III. direkt befördert. Ich muss gucken, habe ich irgendwo was übersehen? Doch, das habe ich übersehen. Du musst auf jeden Fall jetzt darüber laufen. Und jetzt will ich halt natürlich auch hier das Gefecht nicht mehr abbrechen. Weil ja sonst, wenn ich das Gefecht hier jetzt abbreche, dann läuft er nach Harare und dann wird es schwieriger, das einzunehmen. So, okay, gut. Alles klar. Ja, 1935 war er bereits Brigadegeneral und hat dann sich natürlich auch eben im Krieg, also allerdings erst so ein bisschen in der Schlussphase, also erst in der Schlussphase hat er sich deutlicher am Krieg in Äthiopien beteiligt, war aber da eben auch schon erfolgreich und wurde deswegen dann auch noch mal zum Generalmajor befördert. Er war im Krieg gegen Griechenland. Also er hat eigentlich in jedem Krieg im Zweiten Weltkrieg mitgekämpft. Das ist halt total heftig. Er war halt sogar beim Überfall auf die Sowjetunion beteiligt und war dort übrigens der einzige General, der den Befehl über ein deutsches Kommando hatte. Also er war zuerst mit einem italienischen Expeditionskorps da, durfte dann aber tatsächlich nachher noch ein deutsches Armeekorps befehligen und hat deswegen auch das Ritterkreuz bekommen. Also Ritterkreuz des Eisernkreuzes. Um das noch an der Stelle zu erwähnen, das ist eigentlich, also es ist eigentlich sehr spektakulär. Es ist wirklich ein herausragender General gewesen. Nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, jetzt muss ich überlegen, ob ich hier versuche, weiter vorzustoßen. Ich würde sagen, wir machen es auf Nummer sicher. Wir machen es definitiv auf Nummer sicher. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er dann übrigens Anhänger der monarchistischen Partei. Also er war dann Anhänger einer Partei, die sich für die Einführung der Monarchie wieder stark machte in Italien. Was ja dann nicht geklappt hat. Italien ist ja kein Königreich mehr. Und ist dann später, ist dann später aber auch zu den Liberalen gewechselt. Also hat doch so politisch unterschiedliche Manöver hingelegt, könnte man sagen. Wobei er jetzt nicht so als Wendehals gilt, auf das auf gar keinen Fall. Also er gilt halt eben als, ich würde mal, ich würde mal sagen, er gilt auf jeden Fall als einer der besten, der besten Generäle im Zweiten Weltkrieg überhaupt. Und auf jeden Fall als einer der besten italienischen Generäle. Also das sind jetzt Historiker, Urteile von Militärhistorikern. Das sind jetzt nicht meine persönlichen Urteile. Ich persönlich hoffe doch jetzt, dass unser Panzerchen mal langsam ankommt. Wer brauchst du denn noch? Wir müssen das Ding halt ein bisschen, ein bisschen halten und dann ist eigentlich schon, dann ist gelaufen. Denn diesen Siegpunkt werden wir auch einnehmen. Ah, jetzt haben wir Versorgungsengpässe, geringer Nachschub. Warum eigentlich? Wir haben gerade eine viel größere Versorgungslinie bekommen. Das Spiel muss man teilweise auch echt nicht verstehen, ne? Welche Einheiten sind es denn? Keine. Okay, gut, alles klar. Aber das ist jetzt gerade echt sehr merkwürdig. Ich nehme ein Regiment hier rüber. Du holst mir bitte den Flughafen. Ja. Im Hintergrund, genau. Das wurde auch schon im ersten Teil dieses Videos... Oh, stopp. Ich habe eine freie Militärfabrik. Was habe ich übersehen? Ich wollte hier eigentlich weiter ausbauen. Ah, ich habe die erobert. Hehe. Ja, okay. Alles klar, gut. Ja, ja, ja. Dann ist gut. Das ist nicht so wild, wenn man das mal kurz übersieht, weil bei Hearts of Iron macht man das eigentlich in der Zeit wieder gut. Also, das ist nicht so dramatisch. Auch was die Forschung angeht. Wenn man mal die Forschung laufen lässt, man kann 30 Tage, kann man die Forschung weiterlaufen lassen, ohne irgendwas zu forschen. Da wird man jetzt trotzdem nicht komplett untergehen. Das wurde zum Beispiel bei den Let's Plays von Krill 18, da wurde da so ein bisschen geflamed für, könnte man schon fast sagen. Und ihr seht, jetzt haben wir hier eine Armee eingeschlossen. Der müsste eigentlich noch einen zusätzlichen Malus bekommen, aber wir reiben ihn so auch sofort auf. Okay. So, jetzt musst du mir erklären, warum Äthiopien noch nicht kapituliert hat. Okay, jetzt kapitulieren sie. Alles klar. Friedensverhandlung mit Äthiopien. Und wir werden uns jetzt das ganze Land unter den Nagel reißen. Wir machen sie nicht zum Malen in den Stadt, sondern wir nehmen alle Staaten ein. Und das ist halt, weil Äthiopien ja so ein von dem, vom wirtschaftlichen, aus italienischer Perspektive und europäischer Perspektive wahrscheinlich gesehen, den Wert in diesem Spiel relativ gering rangiert, kostet uns das nur 31, nur 31 Kriegspunkte, die wir hier gesammelt haben. 41 hätten wir. Wenn wir zu wenig Punkte hätten, dann müssten wir passen. Und dann hätten unsere Verbündeten die Gelegenheit, um Forderungen zu stellen und Gebiete einzufordern. und sowas ähnliches wie so einen Separatfrieden zu machen bei EU4 für alle versierten EU4-Spieler. Und die fordern das auch immer. Also ich habe das noch nicht erlebt, dass ein Verbündeter das nicht gefordert hat. Da muss man echt aufpassen, besonders als Italien, wenn man nachher Bulgarien und Jugoslawien mit im Bündnis hat. Okay. Ich werde mit den Panzern so schnell wie es irgendwie geht hier runter düsen, weil die so schnell wie möglich aus dieser Wüste raus müssen. Achso, das zählt nur, als wäre dein Kampf. Na bitte nur so. Und dann so schnell wie möglich über die strategische Verlegung wieder zurück. Das machen wir bei dir bitte auch so. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, da Truppen zu verlegen. Ich glaube, nehmen wir das mal weg. Ja, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, Truppen strategisch zu verlegen, aber die brauchen wir jetzt an der Stelle nicht. Das können wir jetzt nochmal manuell machen. Gut, okay, ich glaube, wir haben, so ein paar wichtige Aspekte von diesem Spiel in diesem Teil noch besprochen. Wir haben Marine behandelt. Und du musst das jetzt eigentlich hier hoch zu dieser Flotte oder zumindest zu der Flotte, die hier momentan auf See ist. nach. Warum stehen die auf automatisch wieder? Weil ich der Klassis Romana einen Befehl gegeben habe, oder was? Nein, weil ich die gemergt habe mit den Zerstörern. Okay, weil ich die mit den Zerstörern gemergt habe. dann bitte ich wähle dich aus und zieh dich hier hoch. Na komm. Äh, okay. Ich verknüpfe dich jetzt so. Das ist jetzt die Italienflotte 3 geworden. Es ist auch schön, dass das Spiel die selbstgewählten Namen überschreibt zugunsten dieser viel schöneren zugunsten dieser viel schöneren Namen, ne? Wie zum Beispiel Italienflotte 7 oder ähnliches. Mann, 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 Okay, also Klassis Romana, Klassis Romana und Klassis Romana. Es ist tatsächlich sinnvoll, den Flotten eigene Namen zu geben. Ich habe das immer so gemacht, dass ich in erster Linie dann nur schreibe Sub 1, Sub 2, Sub 3, wenn das halt irgendwie U-Boote sind oder Test 1, Test 2, Test 3, wenn es Zerstörerflotten sind. Ihr werdet auch übrigens noch feststellen, so, das ist jetzt das letzte von dem Part für heute, ihr werdet auch feststellen, dass ich hier von diesen Flotten jetzt keiner den Befehl gegeben habe, Geleitschutz zu leisten. Geleitschutz ist eigentlich ganz gut, wenn man tatsächlich für, wenn man seine Transporter gut schützen muss. Das Ding beim Geleitschutz ist, ich setze da ganz gerne mal eine Zerstörerflotte drauf, weil, wie gesagt, Zerstörerflotten sehr gut sind, um U-Boote eben platt zu machen. Aber die greifen dann halt eben auch in andere Gefechte ein, wenn es ein Konvoi, also wenn, wenn eine andere, wenn eine andere Flotte versucht, ein Konvoischiff zu versenken. Und das ist, und wenn so 20 Zerstörer natürlich gegen so eine fette Kriegsflotte laufen, dann ist das eigentlich nie so gut. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Also man kann die durchaus, ich setze sie gerne da drauf, aber ich versuche auch, wenn ich spiele hier die ganze Zeit immer den Überblick zu behalten, ob hier irgendwo ein Gefecht stattfindet und gucke, dass ich dann möglichst immer direkt meine Klassis-Romana da drauf packen kann. Wir können jetzt übrigens unseren Fokus wählen, den Triumph in Afrika und werden damit jetzt, leider haben wir 35 Tage gebraucht. Wir haben beim ersten Jahr angefangen, aber wir haben leider 35 Tage gebraucht. Dafür ist ein bisschen viel, ne? Ne, stopp 45. Das ist recht lange. Ich habe gedacht, ich bin bis zum 10. fertig, aber ist okay. 15. Februar ist immer noch in Ordnung. Wir haben jetzt damit, okay, das ist jetzt die letzte Sache, ne? Ich habe jetzt den nationalen Fokus gewählt. Ach, guck mal da. Und wir haben sogar direkt 10 Tage, die uns dafür gut geschrieben werden. Das ist doch super. 10 von 70 abgeschlossen. Das ist doch nice. Das ist doch echt nice. Okay, gut. Dann fehlen uns 31, 32, 33, 34 Tage. Und diese 34 Tage holen wir später wieder auf. Also auch hier bei den Doktrinen, die man forschen kann, da muss man immer ein bisschen gucken. Es ist nicht immer ratsam, die alle sofort zu forschen, sondern vielleicht auch mal ein oder zwei Tage zu warten oder sogar Monate. Und das bringt dann eigentlich mehr. Und da machen wir die Zeit dann wieder gut. Ich bedanke mich dann bei euch fürs Zugucken und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin. Ciao.